Schönen guten Tag zusammen, ich begrüße euch zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Sonntag um 13.30 Uhr bei Eintracht Braunschweig. Herzlich begrüße ich dazu auch unseren Cheftrainer Christian Tietz. Die Braunschweiger erwarten rund 23.500 Zuschauer, damit ist das Spiel nahezu ausverkauft. Rund 2.300 Magdeburg-Fans werden mit dabei sein. Kommen wir direkt zum Personal, nicht mit dabei sein kann Julian Pollosbeck. Ansonsten sind soweit alle Spiele einsatzbereit. Bevor ich in die sportliche Runde gehe, bitte ich nochmal gleich Abstand davon zu nehmen von Fragen außerhalb des Sports. Wir wollen uns ganz bewusst auf die Partie am Sonntag in Braunschweig konzentrieren und bitten um Verständnis und Respekt davor, keine Fragen zur Freistellung von Alexander Wader zu stellen. Vielen Dank. Trainer, kommen wir zum Spiel am Sonntag in Braunschweig. Wie liefen denn die vergangenen Trainingstage aus deiner Sicht für uns? Positiv. Zunächst die ersten zwei Tage standen ja im Zeichen der Regeneration. Aber jetzt vor dem heutigen Tag die beiden Einheiten oder drei Einheiten, da haben wir schon hochintensiv trainiert. Natürlich auch mit der Blickrichtung auf das Spiel gegen Eintracht Braunschweig, auf die Art, was uns dort erwarten wird, wie wir dort unsererseits versuchen müssen, auch aufzudrehen zu spielen. Und jetzt heute haben wir ein bisschen runtergefahren und jetzt haben wir morgen nochmal mit dem Abschlusstraining. Danke Trainer für die ersten Worte. Kommen wir zur Fragerunde. Eure Fragen bitte. Sabrina Bramowski für den MDR. Das heißt also, beide Stürmer, Luca Schuler und Lucas Tenius, sind am Sonntag einsatzfähig und einsatzbereit? Stand jetzt ja. Bei Luca wollen wir trotzdem noch den morgigen Tag abwarten, weil der hat jetzt auch eine hohe Belastung gehabt und würden erst da eine Entscheidung treffen, wie der Stand der Dinge ist. Aber durchaus vorstellbar. Dann hat der 1. FC Magdeburg ja heute noch einen weiteren Stürmer verpflichtet. Erzählen Sie doch mal was zu diesem jungen Mann. Ja, EME ist ein Vorgriff schon für uns jetzt auch auf die Zukunft, dass wir da einen sehr jungen, entwicklungsfähigen Spieler bekommen, denn wir finden da ein hohes Potenzial mit einer Geschwindigkeit, mit einer guten Technik. Und das haben wir ja schon auch in der Vergangenheit so gehandhabt, wenn wir Möglichkeiten haben, dass wir solche Transfers realisieren können und auch die Spieler schon früher bei uns integrieren und dann auch dementsprechend heranführen und entwickeln können, ist das für uns was Positives. Das hat sich jetzt in der Situation ergeben. Trotzdem reden wir jetzt nicht nur vom Spieler, der ein entwicklungsfähiger Spieler ist, sondern auch ein Spieler, der trotzdem auch eine gewisse Qualität mitbringt. Trotzdem erstmal jemand für die Schnittstelle zur U23? Nein, so würde ich es nicht sein, sondern ein Spieler, der bei uns beim Kader mit dabei ist, bei dem wir wirklich Qualitäten sind. Jetzt heißt es, dass wir mit EME ins Training ansteigen wollen, dass er sich akklimatisiert, dass er sich an die Arzt ist. Trotzdem immer nochmal etwas, wenn du aus der Regionalliga zu uns kommst, dann wird das Spieltempo ein Stück weg höher sein. Dann geht es auch um die Idee, wie wir spielen wollen. Das müssen wir ja mit dem Spieler über das Training reinbekommen, ihn dabei heranführen. Aber da würde ich alles offen lassen. Trotzdem ist es auch so, dass junge Spieler bei uns, wenn sie nicht im Kader bei uns zum Einsatz kommen würden, dass sie bei uns auch in der U23 spielen würden. Ist er eine Option für Braunschweig? Das glaube ich jetzt eher nicht, weil er hat jetzt heute das erste Mal trainiert und wir haben auch von der Kadergröße sind wir breit aufgestellt. Wie ist denn der 1. FC Magdeburg eigentlich auf ihn aufmerksam geworden? Jetzt in der Regionalliga hat er 20 Spiele absolviert, vier Tore geschossen? Das ist jetzt kein Geheimnis, dass wir ja schon seit längerer Zeit die Ligen beobachten, dass wir in Kontakt sind, Kontakt sowohl auch mit Beratern von den Spielern, wo wir uns mal informieren über den Spieler. Und bei ihm war es jetzt ein längerer Prozess und wir haben jetzt auch für uns die Situation abgewägt, ob jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, dass wir das realisieren können. Und das hat sich jetzt dann wirklich kurzfristig sehr schnell und gut ergeben. Sören Fiedler für die BILD. Ist damit die Stürmer-Suche eingestellt oder werdet ihr weiter auf den Markt bis zum Ende der Transferperiode schauen? Also es ist durchaus vorstellbar, dass wir in der Transferphase noch was machen. Aber wir haben nicht vor, Transfers zu tätigen mit einer reinen Kurzfristigkeit, sondern eher mittelfristig. Ich will nie alles ausschließen, weil in diesem Transferfenster, es ist auch nicht ganz einfach, werden Entscheidungen auch immer erst zum Ende hingetroffen, auch wenn wir vielleicht auch mal andere Vorstellungen hätten. Und wir bleiben dabei, das sollte für uns auch ein Stück weit perspektivisch passen. Deswegen können Dinge passieren, aber das muss nicht unbedingt auf der Position sein. Nico Esche für Magdeburg Blau-Weiß. Hallo Herr Tietz, mit Eintracht Braunschweig treffen Sie jetzt auf einen Gegner, der schon durchaus eine breite Brust hat, jetzt die letzten drei Spiele auch gewonnen haben und auch immer wieder zurückgekommen sind. Vielleicht ein paar Worte zu der Leistung vom BTSV. Zunächst mal muss man eins sagen, was sie gemacht haben, was für eine Branche noch wichtig war, zu punkten, weil sie waren ja schon ein Stück weg weg in der Tabelle und dann heißt es, dass du über Siege natürlich auch in die Situation erst wieder zurückkommst und sie haben ein Stück weg ihre Spielart, wie sie aus der Tiefe raus ins Umschaltspiel gehen. Das hat sich schon nochmal verändert. Wenn sie dann mit vier, fünf Spielern direkt nachrücken, spielen Zielspiel an, lassen klatschen, kommen nach, haben Eingaben mit den Ausverteidigungen über die Außenspur, stehen hinten kompakt. Das ist auch bei eigenen Standards von ihnen, wo sie gefährlich sind. Das ist eine Mannschaft, die sich mittlerweile in ihrer Spielart stabilisiert hat. Sie werden bestimmt auch explizit einen Spieler beobachtet haben mit Rajan Philippe, der jetzt in den vergangenen drei Spielen jeweils ein Tor geschossen hat und eine Vorlage beigesteuert hat. Wie schätzen Sie diesen Spiel ein? Wie will Ihre Mannschaft diesen Spieler aufhalten? Das ist ein schönes Beispiel zu dem, was ich eben gesagt habe, weil wir kennen ihn auch aus Luxemburg aus seiner Zeit davor und er ist ein Spieler, der, wie man sieht, Zeit benötigt hat. Er ist dann diesen Schritt gegangen von Luxemburg in die zweite Bundesliga und da geht es auch um Spielverständnis, aber er ist ein Spieler, der enorm schnell ist, der einen guten Antritt hat, der ein gutes Spielverständnis hat und der auch die Qualität hat, mit wenig Kontakt einen Torabschluss zu finden. Wie wichtig ist es auch für die Mannschaft, dass Sie jetzt die Rückrunde mit einem Sieg dann eben auch begonnen haben, von der Mentalität her? In unserem Fall natürlich wichtig, vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass ich finde, dass wir uns ab und an nicht belohnt haben und jeder in der Liga braucht Siege, dass er Selbstvertrauen hat, aber dass er auch tabellarisch in eine gewisse Position reinkommt, wo es nicht ganz so stark in die Drucksituation reingeht, deswegen war das für uns ein wichtiger Sieg. Aber was noch entscheidender war, die Art, wie wir das Spiel geführt haben, darum ging es ja auch, wie wir stabil waren in der Defensive, wie wir wenig Umschaltsituation für den Gegner zugelassen haben, damit auch die Anzahl der Standardsituation des Gegners eingeschränkt haben, dass wir positiv und vor allen Dingen auch, dass wir im Spiel die Geduld hatten, nicht in die Situation reinzuspielen, wo es gegen uns gefährlich werden könnte. Und sehen wir dann am Sonntag Tobias Müller wieder in der Innenverteidigung? Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich weiß, aber ich will da gar nicht so ausschließen, weil wir es in der Tat im Training auf der Position jetzt eine gute Qualität sind, das wollten wir auch, aber Tobi ist kein Geheimnis, das habe ich auch schon gesagt, dass er mit seinem Spielverständnis uns auch mit dem Ball eine gewisse Stabilität gibt. Danke. Patrick Nowak für die Volksstimme. Ameiji muss ja mit einer Schiene spielen, hindert ihn das überhaupt irgendwie oder was ist sein Feedback, wenn er dann auf dem Platz steht? Also ich hatte auch zuerst gedacht, das könnte ihn beeinträchtigen und das wird es auch ein Stück weg, es ist immer, du hast einen Fremdkörper am Arm, das merkst du schon, aber trotzdem in seiner Trainingsleistung, wir haben ja den ersten Tag was individuell gemacht und dann integriert, hat es ihn jetzt nicht so weit beeinträchtigt und da bin ich mir ziemlich klar und sicher, dass er da völlig normal spielen kann. Er hat ja auch Schwung gebracht gegen Wiesbaden, also er hat seinen Lauf aus der Hinrunde beibehalten, also sind die Chancen auch trotz Schiene wahrscheinlich beginnen zu dürfen, oder? Sie möchten eigentlich eine komplette Aufstellung von mir wissen, aber in dem Falle finde ich es auch trotzdem interessant, weil wir können es ja auch da sagen, als wir Xavi zu uns verpflichtet haben, mussten auch wir bei der Verpflichtung, das wird ein Spieler sein, der einige Monate braucht, bis wir ihn wieder da haben, wo er sein Leistungsvermögen abrufen kann, weil er Vertrauen braucht, weil er Stabilität braucht in seinen Abläufen und auch dieses Wissen und man sieht es auch in seiner Spielart, am Anfang, als er reinkam, war es noch sehr stark, sehr linear, dann hat er begonnen mit seiner Stärke nach innen zu ziehen und jetzt traut er sich auch wieder in dieser Selbstverständlichkeit zu, in die 1-1-Situation auch nach außen abzuhaken und deswegen sind wir froh, dass er so eine gute Entwicklung genommen hat, auch mit seiner Geschwindigkeit auf dem Spielfeld. Ich würde jetzt auch zum Gegner kommen, Braunschweig war lange abgeschlagen, jetzt einen super Lauf hingelegt, was bedeutet das auch in der Bewertung des Gegners und auch vielleicht allgemein der zweiten Bundesliga? Also ich kann jetzt nur für die zweite Bundesliga, dass du keine Mannschaft abschreiben darfst, das zeigen ja alle Teams, ich sage immer, dass das eine Ausgeglichenheit ist und dass wirklich gefühlt jeder jeden schlagen kann und dass Kleinigkeiten im Spiel entscheidend sind und für uns zeigt es genau das, dass wir den Respekt haben vor dem Gegner, dass wir genau hinschauen, was machen sie, wie gut sie sind, dass wir genau eher noch geschärft sind in der Art, wenn wir die Umschaltmomente sehen mit der Eintrag-Branche bei Kompi, wie wichtig es sind, die schon im Vorhinein durch eine andere Positionierung, durch ein anderes Verteidigungsstück weg zu unterbinden. Deswegen gehen wir da mit der Situation rein, dass wir wissen, auf was für eine Qualität des Gegners wir treffen, aber dass wir trotzdem in das Spiel reingehen, mit unseren eigenen Stärken, mit unserer Art, wie wir Fußball spielen wollen und wir fahren nach Braunschweig, weil wir da die Punkte holen wollen. Sören Fiedler nochmal. Noch eine Kaderfrage, Tatsuya hat es sich jetzt angeboten, mit seinem Tor vielleicht auch mal für die Startelfe in Frage zu kommen oder ist das für Sie eher ein Spieler, der doch in der Joker-Rolle besser aufgehoben ist? Ich finde, das hängt immer so ein bisschen von dem ab, was man in einem Spiel erwartet. Wenn wir wissen, dass wir in einem Spiel von Beginn an schon eine gewisse Dominanz in der Endzone hinbekommen, dann finde ich, es hat ein Spieler, der auch beginnen kann, weil er dann mit seiner 1-1-Qualität natürlich den Gegner vor schwierige Aufgaben stellt. Aber was man nicht unterschätzen darf, die Möglichkeit zu haben, wie wir, wir denken ja nicht in den reinen 11 Stammspielern, sondern wir denken in mehreren Spielern, die das Spiel verändern, wenn du sie reinbringen kannst. Und es gibt wenige Spieler, die ich gesehen habe, die sieben, acht Mal hintereinander im höchsten Tempo antreten können, sprinten können und eins gegen eins spielen. Und dann noch das in der Box auf engem Raum mit einer Vorlage oder mit einem Torabschluss. Und wenn wir dann dazu reinbringen und der Gegner hat ja auch schon eine große Anzahl an Sprints hinter sich, dann macht das was mit ihm, dann macht das was mit dem Gegner. Sie wissen, er kommt jetzt rein. Deswegen ist er für uns ein Spieler, wenn wir ihn bringen, wissen wir, wir bringen einen Unterschied rein, der auch beim Gegner was bewirkt, aber auch bei uns den eigenen rein. Nico Escher, genau, und danach Thilo Vogelser. Noch eine Frage, Luc und Luca sind jetzt beide fit, wie kann man sich da jetzt das Duell der beiden Mittelstürmer dann auch vorstellen? Das kam ja in letzter Zeit leider relativ selten vor, weil dann immer einer verletzt war oder ausgefallen ist. Also sie müssen schon noch etwas differenzieren, die trainieren seit der Woche mit und die waren beide sehr stark gelegen. Also sie haben richtig intensive Infekte mit großem Gewichtsverlust gehabt und mit Fieberschüben auch. Das heißt, wir reden jetzt nicht von zwei Spielern, die in der Köpfchen Fassung sind, dass wir sagen, die können 90 Minuten spielen. Die werden auch noch nicht nur diese Woche, auch noch nächste Woche wahrscheinlich nur eine Woche drauf benötigen, um in ihren kompletten Fitnesszustand zu kommen. Deswegen werden wir auch danach entscheiden. Aber was es auf alle Fälle ist, wir kriegen wieder zwei Elemente mit einer klaren Nummer neun. Wir kriegen mit Lügen sehr spielintelligenten Spieler, der dir auch etwas gibt in der Box des Gegners. Und wir kriegen mit Luca ein wuchtiges, schnelles Element. Und das ist immer wichtig, dass wir diese beiden Spielertypen bei uns in den Reihen haben. Und was erwarten Sie als Trainer von den beiden? Dass sie spielfähig sind, dass sie rausgehen, am besten ein Tor erzählen. Aber meine Erwartung ist die, dass sie in ihrer Art, was sie für uns ins Team reinbringen, diese Differenzierung, die ich eben genannt habe, bei Luca ein Spieler, wo ich weiß, wenn Sie sehen, mit der Sprinthäufigkeit, die er abruft mit seiner Wucht, ist das schon etwas, was für einen Gegner schwieriger zu verteidigen ist. Und dann kriegen wir etwas dadurch, dass der Gegner etwas tiefer gehen muss, weil er nicht so hoch schieben kann. Wir kriegen die Zwischenräume für unsere anderen Spieler frei. Bei Lüg ist es wieder etwas ganz anderes. Lüg kann zum Rücken zum Gegner gut anspielen, er kann die Bälle festmachen und er hat natürlich ein unglaubliches Gespür, wie er sich in einem Raum absetzt und dann die Tiefe läuft. Ja, Thilo Vogelsang für Radio SRW. Vor einer Woche hat die Mannschaft im Stadion trainieren müssen, weil die Plätze gefroren waren. Wie haben sich die Trainingsbedingungen geändert und wie haben sie sich so geändert, dass sie das Training durchziehen konnten, was sie wollten? Diese Woche ging es. Der erste Training war ein bisschen schwieriger, weil da noch die Plätze in einem Zustand waren, wo sie natürlich sehr viel Wasser hatten und du dann halt versuchen musstest, in kleinere Bereiche auszuweichen. Jetzt, wo wir durch den Winter hinten auf unserem Platz gehen konnten, konnten wir jetzt trotzdem die letzten zwei Trainingsanheiten gut trainieren und auch das trainieren, was wir wollen. Und wir wissen, dass die Zustände nicht optimal sind und dass da auch ein Stück Dinge dran liegen, die wir nicht gemacht haben. Aber es gibt auch einen positiven Aspekt. Wie Sie gesehen haben, die Bagger rollen und wir wissen, dass wir sehr zeitnah den Bereich für uns gut gelöst haben. Aber Sie konnten die Mannschaft optimal auf das Spiel gegen Eintracht vorbereiten? Ja. Gut, dann haben wir noch die kürzeste Anreise zum Eintracht-Spiel. Das sind, glaube ich, knapp 100 Kilometer. Wie verändert das den Spieltag selbst? Also die Anreise, die Vorbereitung, hat das überhaupt einen Einfluss? Ist das positiv, dass es halt eben nur eine kurze Anreise ist? Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, einen Tag vorher anzureisen, weil es vom Ablauf am Tag, wo du hinfährst, trotzdem alles sehr knapp ist. Man muss auch wissen, wenn man dann dort anreist, dort hat man einen Stau. Da ist es nicht so, dass sie da mit dem Bus schnell durchflitschen. Und deswegen hat sich eigentlich für uns nichts geändert. Das ist ein normales Auswärtsspiel, indem wir einen Tag vorher anreisen, etwas später noch trainieren am Vortag und dann vor Ort einen kurzen Weg zum Stadion haben. Und zum Schluss noch ein bisschen Abseits. Heute kam die überraschende Meldung. Jürgen Klopp hört bei Liverpool auf. Was sagen Sie dazu? Ich kann, ich habe es auch nur wahrgenommen. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe sind, aber für Liverpool, glaube ich, dass sie einen sehr guten Trainer verlieren. Danke. Habt ihr weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann schließe ich die Pressekonferenz. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns am Sonntag zum Auswärtsspiel um 13.30 Uhr bei Eintracht Braunschweig. Danke.